Hallo und herzlich willkommen hier bei The KnifePub und mal wieder mit einem Review für euch. Wir reden heute über ein absolutes Unikat. Das ist eines der Messer, die ihr im 3000er Subscriber Special gewinnen konntet. Ich nehme jetzt einfach mal ganz frech an, dass die Verlosung nämlich durch ist, bevor dieser Upload kommt. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken nochmal bei Sven Kinast vom Messerdepot Kinast und natürlich auch bei Christoph von Forgeworks, denn hier haben wir ein absolutes Unikat, das er Christoph mal irgendwann entworfen hat und Sven zur Ansicht, glaube ich, zugeschickt hat. Ich glaube, das ist auch nie in Serie gegangen. Deshalb hat dieses Messer auch keinen 100%ig passenden Namen. Es ist allerdings, soviel kann ich verraten, hat mir Christoph erzählt. Eine Mischung aus dem Helix von Forgeworks und dem SK07, das er exklusiv gefertigt hat für Sven. Deshalb nenne ich es jetzt einfach SK Helix. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das macht definitiv Eindruck und das trägt auch auf jeden Fall die Handschrift von Christoph. Wer schon das ein oder andere Messer von Forgeworks in den Händen hatte, der erkennt sofort hier die Griffschalen, die so richtig typisch für ihn sind. Das ist G10 mit einem Rock Pattern. Ich finde das immer ziemlich beeindruckend. Wenn ich so ein Pattern sehe, denke ich nämlich erstmal an scharfe Kanten und dann denke ich auch an Asymmetrie. Aber beides ist hier nicht der Fall. Jede Kante ist hier wirklich sauber gebrochen. Ihr seht schon bei dieser Klinge, die inklusive Ringtail eine Länge von 9 cm hat, bei diesem Griff meine ich natürlich, kommt meine Hand trotzdem ziemlich gut rein. Und diese drei Finger hier, die liegen schön bequem. Jetzt haben wir natürlich wie immer den Nach- oder Vorteil, je nachdem, das kommt ja auf das Auge des Betrachters an, dass man verpflichtet ist, mehr oder weniger den Ring auch zu nutzen. Durch diese schöne Biegung, die das Ganze hier macht, liegt das erstaunlich bequem in der Hand. Ja, es ist wie immer. Der ein oder andere mag das nicht, wenn ihm vorgegeben wird, wie er das Messer anzufassen hat. Das haben wir hier natürlich. Ist aber wirklich in meinen Augen gelungen. Da gemütlich, also auch brauchbar. Und auch hier im Reverse Grip kann ich sagen, hat das Ganze auf jeden Fall was Vertrauenerweckendes, weil es wirklich gut und solide in der Hand liegt. Ja, nochmal, ich mag das ziemlich gerne. Ich kann das verstehen, wenn einem das zu aggressiv ist, diese Rock-Pattern-Optik. Aber für mich passt das super gut zum Gesamteindruck von diesem Messer. Die Klinge selbst ist aus B01 Stahl gemacht und 9,5 cm lang, also wirklich nicht zu klein geraten, das Teil. Und an der breitesten Stelle gemessen, 4 mm stark. Man hat also trotz des schlanken Aufbaus hier wirklich ein Messer, mit dem man auf jeden Fall das Gefühl hat, dass man auch robuste Sachen arbeiten kann. Also das ist nicht nur zum Karton Cutten und Briefe öffnen da. Ich denke, so ein bisschen härtere Arbeiten wird das absolut gut vertragen können. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mir auch gut gefällt, das ist echt schön gelungen, ist dieses Stonewashed Finish, wo hier so ganz leicht der normale Stahl, der normale, der unbehandelte Stahl, hätte ich fast gesagt, durchschimmert. Unbehandelt ist auch übrigens falsch, denn Christoph hat diesen ganzen Rohling nochmal einer Kryo-Behandlung unterzogen. Der ein oder andere von euch kennt sich da sicher besser aus als ich. Meiner Meinung nach soll eine solche Kryo-Behandlung einfach zur Robustheit des Ganzen beitragen. Das bedeutet, dass die Schärfe länger bleibt und das generell ein bisschen mehr an der Rockwell-Zahl geschraubt wird, sage ich jetzt mal. Was ich unheimlich schick finde und das zieht sich hier wirklich komplett durch, ist das Rock-Pattern, das auch auf dem Klingenrücken zu finden ist. Und wir schauen auch mal hier ins Innere der Griffschale. Hier die Fingermulde, die ist frei, was ich auch wirklich sehr begrüße. Das führt nämlich dazu, dass das hier angenehm liegt, aber die anderen beiden Fingern, die liegen hier auch noch auf so einem Rock-Pattern. An und für sich muss ich sagen, ist die Griffschale. Wir schauen hier mal ganz kurz ins Detail. Obwohl alles so wild ist, sowohl die Griffschale als auch das Rock-Pattern des Klingenrückens selbst, wirklich schön angepasst worden. Gefällt mir gut und nochmal, das ist ein Prototyp. Heißt nicht, dass man sich bei Prototypen keine Mühe geben soll, aber da würde ich es durchaus verzeihen, wenn da irgendwie mehr Hotspots entstanden wären. Sind aber nicht. Da hat Christoph wirklich schöne Arbeit hingelegt und wer auch immer dieses Ding jetzt mittlerweile tatsächlich schon gewonnen hat, der wird sich meiner Meinung nach sehr darüber freuen können, weil das wirklich ein super, super taugliches Gesamtpaket darstellt. Zum allgemeinen Größenvergleich ziehe ich euch jetzt natürlich noch mal ein paar Messer ran. Zum einen, weil viele es haben, nutze ich sehr gerne dafür zum Größenvergleich das Spyderco Para 3, in diesem Fall das Lightweight. Da seht ihr schon, ja ich sag mal vorsichtig ähnliche Abmaße. Nicht exakt gleich, aber ähnliche Abmaße. Und ja, weil es in diesem Fall wirklich Sinn ergibt, ziehe ich mal die beiden Ringtail Messer raus, die ich tatsächlich hier privat auch in Nutzung habe. Das ist zum einen das Benchmade Mini SOCP und zum anderen hier das Concept Hex. Die sind beide ein bisschen kleiner. Das seht ihr sofort. Was heißt ein bisschen? Sogar ein gutes Stück kleiner. Gefallen mir tatsächlich beide sehr sehr gut. Deshalb bin ich nicht unbedingt abgeneigt, wenn ein Messer ein Ringtail hat. Aber wir haben natürlich in der Vergangenheit auch schon Modelle kennengelernt, bei denen das nicht so schön aussah. Aber hier in diesem Fall nochmal. Ich denke, das ist auch typisch Forgeworks. Diese Designsprache, die muss ich hier nach wie vor nicht verstecken. Christoph, da hast du wirklich gut was rausgehauen. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich das Teil, dieses schöne Ding hier verlosen durfte. Wie gesagt, mittlerweile glaube ich sogar schon verlost habe. Da ich das Ganze nicht nutze, kann ich euch jetzt nur noch mal ganz kurz die Kydex zeigen, die dazu kommt. Der Sitz ist meiner Meinung nach sehr gut. Wir hören nichts rappeln. Auch hier wieder Vertrauen zum Material definitiv gegeben. Und wir haben eine schöne Daumenrampe, weiß ich immer sehr zu schätzen. Bedeutet hier, man sieht schon diese kleine Beuge. Ich kann meinen Zeigefinger da schon reinlegen, baue mit dem Daumen ein bisschen Druck auf und habe mein Messer auch sofort in einer Arbeitsposition da. Und was natürlich auch geht, je nachdem wie man das am Gürtel trägt, ist einfach der Griff in den Ring. Und dann muss man natürlich ein bisschen mehr Kraft aufbringen. Aber auch dann ist das Ganze sofort startklar in der Arbeitsposition. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, das Lob, wie gesagt, Christoph, das hast du absolut verdient. Hast hier mal wieder ein schönes Messer gezaubert. Und ich finde es ziemlich cool, dass wir hier sowieso ein Messer von dir verlosen dürfen. Und dann direkt noch ein Unikat. Das macht das Ganze einfach in meinen Augen noch viel reizvoller. Und ich hoffe, dass irgendwer, der ohnehin schon Fan von Forgeworks ist, das Ganze zwischen die Finger bekommt. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich denke, Christoph, dann gewinnst du nämlich einen Fan. Du hast ja abgeliefert. An dieser Stelle bleibt mir nicht viel übrig, außer Danke zu sagen. An Christoph von Forgeworks. Ich verlinke selbstverständlich seinen Kanal nochmal, beziehungsweise seine Website. Und auch nochmal ans Messerdepot Kinas für diese wundervolle Zugabe für das 3000 Subscriber Giveaway. Ich danke euch, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.